Die neue App vom Handelsblatt für Ihr iPad. Ab sofort informieren wir Sie schnell und wie gewohnt hochkompetent über alle relevanten Wirtschaftsthemen. Während die Zeitung noch Hintergründe recherchiert, bekommen Sie von der iPad-Redaktion die wichtigsten Meldungen umgehend auf Ihr iPad geschickt. Egal, ob Sie aktuelle Börsenkurse benötigen, wichtige Meldungen von Banken oder aus dem Mittelstand oder aber die neuesten Wirtschaftsnachrichten im Video sehen wollen, Handelsblatt First liefert all diese Informationen. Dabei bestimmen Sie, was im Mittelpunkt steht. Die Oberfläche lässt sich komplett nach Ihren Vorstellungen konfigurieren. Die Kennzahlen der für Sie relevanten Unternehmen sind genauso individualisierbar wie die Auswahl an Meldungen aus Ihrer Branche. Wichtiges zum ausführlichen Nachlesen stecken Sie einfach in Ihre Aktentasche und studieren es später offline. Schnell und umfassend informiert durch die neue App Handelsblatt First für Ihr iPad. Ab sofort im iTunes App Store oder folgen Sie dem Link hier auf der Seite.